Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Wir machen heute in einer richtig geilen Location einen richtig leckeren Flammlachs. Und das nach einem super simplen Rezept, was aber richtig aromatisch ist. Und weil das für ein Video noch nicht reicht, machen wir auch noch eine richtig schöne Focaccia mit dazu. Ein Grundrezept mit ganz vielen Toppings, wo ihr freie Wahl habt. Los geht's! Wir starten direkt mit dem Teig für die Focaccia, denn die braucht tatsächlich 24 Stunden zum Ruhen, damit die auch richtig schön fluffig und luftig wird. Die genauen Mengenangaben zu den Zutaten findet ihr wie immer bei uns unten in der Videobeschreibung, auf unserer Webseite und nochmal als schriftliche PDF zum Download. Für den Grundteig brauchen wir nichts anderes als Wasser, ein bisschen Meersalz. Wir brauchen Hartweizengrieß, den einmal in kochendes Wasser, 100ml kochendes Wasser, reinkippen. Dann einmal aufkochen lassen, zur Seite stellen, abkühlen. Dann sieht der Hartweizengrieß genauso aus, wie ich das hier schon vorbereitet habe. Dann brauchen wir ein bisschen Öl. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Hefe und unser Mehl. Als erstes werden wir jetzt unser Meersalz einmal im Wasser auflösen. Nachdem wir das Salz dann aufgelöst haben, kommen zwei Esslöffel Mehl, schauen wir mal, mit ins Wasser und danach unsere Hefe. Jetzt kommt der gequollene Grieß mit dazu und die Hälfte von unserem Öl und danach darf das Ganze zum Mehl, beziehungsweise wenn ihr das jetzt in der Schüssel habt, darf das Mehl jetzt dazu. Jetzt das Ganze, wie gesagt, durchkneten mit gewaschenen Pfoten oder mit eurer Küchenmaschine, das was euch lieber ist. Hier in dieser Kulisse nehme ich natürlich jetzt auch mal meine Hände dazu und über die Kulisse werde ich noch reden, keine Sorge, kommt noch, einfach Video weiter gucken. Wenn das Ganze jetzt schon mal ein Klumpen geworden ist, dann kommt jetzt unser restliches Öl mit dazu, damit das Ganze ein bisschen geschmeidiger wird und ihr knetet den Teig so zu Ende, dass er sich irgendwann wirklich von den Fingern löst. Wenn der Teig dann mehr oder weniger so perfekt aussieht wie hier, dann packt ihr den wieder in eine Schüssel, dann abdecken und jetzt darf der für 24 Stunden ruhen. Das Rezept, was ich euch unten verlinke, ist für vier Portionen. Solltet ihr das durch vier teilen, könntet ihr den Teig jetzt auch schon direkt in eure Pfanne packen, weil dann braucht ihr den nachher nicht nochmal in die Pfanne packen und dort gehen lassen, sondern könnt ihn jetzt direkt in der Pfanne gehen lassen und macht es euch ein bisschen einfacher. Weil wir hier draus jetzt aber vier Portionen machen, muss das jetzt erstmal in der Schüssel bleiben und darf nachher in die Pfanne, sonst läuft uns das alles über. Kurz die obligatorische Bitte, wenn euch dieses Video hier gefällt, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen netten Kommentar und falls euch generell alles rund ums Thema Grillen interessiert, lasst dem Kanal auch gerne ein Abo da. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. 24 Stunden später sieht das Ganze dann so aus, wenn man den Teig nicht durch vier Portionen teilt, sondern mal vier nimmt, denn wir haben das Ganze natürlich vorbereitet und wir sind hier auf einem riesen Event von Watch Better. Falls euch Watch Better noch nichts sagt, ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung, dort kann man meine Videos auch angucken. Ist eine Videoplattform, die ein bisschen anders funktioniert als YouTube, aber wirklich ein geiles Projekt und wir sind hier eingeladen, weil wir eine der Top Creator dort auf der Plattform sind. Und wenn ihr meine Videos mögt, dort könnt ihr sie auch anschauen und ihr könnt natürlich auch bei mir auf Instagram so ein bisschen was hier hinter den Kulissen sehen, weil diese Kulisse ist unglaublich geil. Jetzt geht es aber weiter mit dem Rezept, deswegen hole ich mir mal einen Ballen raus und fucken den aus. Dazu in die Gusseisenpfanne einfach ein bisschen Olivenöl, dann den Teig da drin richtig schön ausbreiten, den nochmal mit Olivenöl bepinseln. Um den besser händeln zu können, könnt ihr auch vorher schon mal eure Hände mit ein bisschen Olivenöl benetzen. Einfach ein guter Tipp, weil sowieso nachher Olivenöl drauf kommt, deswegen ist das nicht schlimm. Und in der Pfanne stellen wir den jetzt nochmal so eine Dreiviertelstunde bis Stunde zur Seite, der darf nochmal so ein bisschen aufgehen. Dann werden wir ein bisschen Form reinbringen und dann darf der auf den Grill. Kümmern wir uns in der Wartezeit einmal um den Hauptdarsteller, nämlich unseren Flammlachs. Hier können wir einmal grundlegend klären, was so ein Lachs braucht, damit er nachher richtig schön aromatisch ist und dann habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Ich habe den jetzt mal ein bisschen gesalzen, ein bisschen gezuckert. So könnt ihr den dann auch einfach mal eine Stunde lang nochmal im Kühlschrank liegen lassen oder er kann auch damit direkt auf den Grill. Und jetzt können wir entweder noch Zitronenscheiben draufpacken. Wir können ein paar Rosmarinzweige dahinter binden aus Flammlachsbrett. Wir können ein bisschen Zitronenabrieb drauf machen, ihr könnt Knoblauchöl benutzen und gegen Ende der Garzeit können wir den jetzt gleich nochmal glazen. Entweder mit ein bisschen Honig oder Teriyaki-Soße. Einfach das, was ihr mal ausprobieren wollt, damit könnt ihr gar nicht viel falsch machen. Wir werden deshalb jetzt den Flammlachs vorbereiten, aufs Brett binden und dann sehen wir uns am Feuer wieder. Wir haben natürlich jetzt hier eine exorbitante Location und haben jetzt wirklich auch ein rustikales Flammlachsbrett. Ihr könnt natürlich was Komfortableres nutzen, ich verlinke euch dazu unten was in der Beschreibung. Wir haben jetzt den Flammlachs oder unseren Lachs einmal dort auf diesen Holzscheitel draufgepackt, den jetzt hier neben das Feuer gestellt. Ihr solltet immer darauf achten, dass ihr ein bisschen Abstand zum Feuer habt. Ihr solltet wirklich nicht diese 300, 400, 500 Grad vom Feuer haben direkt am Lachs, sonst ist der außen schwarz und innen noch roh. Sondern ihr solltet darauf achten, dass ihr wirklich unter 200 Grad habt, wenn ihr den Lachs da hinstellt. Das heißt, ihr solltet da auch die Hand selber noch so ein bisschen hinhalten können, aber es sollte dann nach einer Zeit dann auch wirklich heiß werden. Natürlich habe ich hier die ganze Zeit mit meinen Handschuhen gearbeitet, ansonsten lässt es sich hier neben dem Feuer nicht aushalten. Aber ist schon geil, oder? Zeit lassen müsst ihr dem Ganzen so 45 bis 60 Minuten. Nehmt euch dafür vielleicht auch einen Kernthermometer einfach mal zur Hand und prüft mal nach. Aber wenn ihr im richtigen Abstand seid, dann seht ihr außen, wenn es richtig schön karamellisiert ist, auch schon, dass der Lachs innen drin fertig ist. Und dann einfach gucken, je nachdem, wie ihr ihn haben wollt. Wollt ihr den glasig haben, dann nehmt ihr den schon so bei 57 bis 60 Grad runter. Wollt ihr den gerade so durch haben, aber nicht mehr glasig, dann so bei 63 bis 65 Grad runternehmen. Und wollt ihr ihn richtig durch haben, dann nehmt ihr 70, 75 Grad. Würde ich aber nicht mehr empfehlen. 15 Minuten, bevor jetzt unser Flammlachs fertig ist. Bei uns ist er jetzt schon fertig. Es ist vom Timing her nicht ganz so gut geklappt, aber wir wollen gleich natürlich auch alles schön essen hier. Sollte euer Teig richtig schön aufgegangen sein in der Pfanne. Ich habe den da jetzt auch nochmal abgedeckt stehen gehabt, damit er nicht austrocknet. Aber mit so viel Olivenöl würde der wahrscheinlich auch so nicht austrocknen. Und jetzt müssen wir so ein bisschen die Luftblasen wieder rausdrücken. Und das macht man klassisch, dass man mit den Fingern so ein bisschen da reingeht, wie ihr das jetzt hier im Video seht. Einfach mal machen, das funktioniert bei jedem auf Anhieb. Und danach könnt ihr das Ganze dann mit beliebigen Zutaten hier garnieren. Ich habe jetzt mal ein bisschen Kräutersalz genommen, ein paar getrocknete Tomaten und Rosmarin. Das passt ideal. Ihr könnt aber auch frische Tomaten nehmen, noch andere Kräuter nehmen, noch andere Zutaten nehmen. Was auch immer ihr wollt. Ich zeige euch hier auch mal ein paar andere Variationen nochmal. Aber das hier darf jetzt so in der Pfanne hier in unseren Grill wandern. Beziehungsweise wir haben unseren Steinofen. Bei euch im Grill stellt ihr den Grill einfach auf 250 Grad ein. Lasst den vorheizen und stellt den Grill so ein, dass die äußeren Brenner auf voller Stufe stehen. Die mittleren Brenner runtergedreht auf kleinste Stufe. Und dann so einregeln, dass ihr eine Deckeltemperatur von 250 Grad habt. Und dann stellt ihr das Ganze in die Mitte. Nach circa 10 bis 20 Minuten ist das Ganze dann fertig. Das erkennt ihr, wenn es außen richtig schön Röstaromen hat. Dann sollte es innen auch durch sein. Achtet darauf, dass es nicht zu schwarz wird. Also schaut nach 10 Minuten schon mal nach. Und hier im Steinofen müssen wir jetzt einfach so ein bisschen handeln, wie die Temperatur ist. Und dann schauen, wann wir es rausholen müssen. Ach Leute, ist das hier. Aber ich bin auch schon vollkommen durch, komplett durchgeschwitzt. Ich muss mich gleich erstmal umziehen. Wir wollen natürlich hier gleich auch zusammen essen, was wir hier vorbereiten. Wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen was fertig gemacht. Von dem Rest seht ihr natürlich oder habt ihr auch schon wunderschöne Bilder gesehen. Aber damit wir nachher nicht kalt essen müssen, haben wir jetzt erstmal nur zwei Sachen gemacht. Einmal Lachs hier, wirklich so standardmäßig, aber mit ein bisschen Zitrone und Rosmarin noch mit dabei. Die Zitrone habe ich nochmal so ein bisschen mit Zucker beworfen während des Garvorgangs, dass die ein bisschen karamellisieren kann. Wenn ihr euch so eine Zitronenscheibe dann runternehmt, wenn ihr so ein bisschen Zucker drauf gemacht habt, das schmeckt wie so ein Zitronenbonbon nachher, also es ist wirklich sehr gut und passend zu Lachs. Bei der Focaccia wirklich hin und wieder mal nachgucken, vielleicht mal so ein bisschen drehen, dass die von allen Seiten gleichmäßig Hitze abbekommt. Und wenn die dann außen richtig schön aussieht und innen eine Kerntemperatur von über 90 Grad hat, könnt ihr auch da gerne mal mit dem Kernthermometer nachmessen. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite und könnt die Focaccia rausholen und es schmeckt wirklich gut. Seid ein bisschen vorsichtig mit der Oberhitze, wenn ihr da Zutaten drauf tut, die verbrennen können, tut die vielleicht erst im Nachhinein dran und seid absolut nicht sparsam mit Olivenöl. Bevor die auf den Grill kommt, nochmal Olivenöl drauf, nach dem Grillen nochmal Olivenöl drauf. Der Teig kann das vertragen, das macht das Ganze nur noch würziger. Richtig schön, ein bisschen Salz, ein bisschen Kräuter und dann ist das wirklich perfekt als Beilage für alles Mögliche, was ihr vom Grill macht. Heute natürlich hier für unseren Flammlachs. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Checkt Watch Better auf jeden Fall mal aus. Ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das hier mache, aber ich finde die Möglichkeit geil, mal hier in dieser Location zu sein. Es ist unglaublich geil, diese Veranstaltung. Ich freue mich, dass ich diese Möglichkeit habe. Die Möglichkeit habe ich vor allem durch euch. Deswegen ein großes Dankeschön an euch. Und damit wir hier noch mehr werden, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen netten Kommentar und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne, ich gehe jetzt dahin, wo es ein bisschen wärmer ist als vor diesem Höllenfeuer. Ein bisschen duschen und dann wird hier richtig schön gefeiert und gegessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.